Willkommen zurück zu Flockers. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Ja, wird es mir diesmal mir gelingen, dieses Level frustfrei zu schaffen oder nicht? Es sind da nur noch vier Parts, also noch vier Folgen, bis ich dieses Spiel pausieren werde. Eigentlich hätte ich es noch schon längst schaffen können. Ich hätte vielleicht schon längst beim Bossgegner sein können. Also Level 50, aber nein. Zwei Parts durch dieses Level. Trophäe erhalten. Modekrieger. Jetzt auf einmal habe ich einfach nur Trophäe erhalten. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich gerade eben, also kurz vor der Aufnahme, das Kostüm geändert habe. Ich weiß, die brauchen wir mindestens ein bis zwei. Achso. Es ist eigentlich einfach, dieses Level, aber nein. Es ist auch... Ja. Ein Scheibendreck ist das auch, zum Teil. Ich schicke erstmal nur ein Held, äh, ein Held, ein Superheld scharf dahin. Die anderen können ja später nachjoinen. Andernfalls überlege ich, eigentlich brauche ich ja eigentlich nur einen, oder? Na, okay, doch, mehrere. Da kommt der Locker vorbei. So. Achso. Ja, stimmt. Jumpen. Ähm. Äh, da war keins mehr. Boah, krass. Vor allem eine Gänsehaut bekommen. Oh. Oh. Will ich das überhaupt? Oh, komm, Alter. Der hat überlebt. Ähm. Ähm. Fast vier Minuten. Oh. 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 Wäre mal eingebracht da. Aber komisch. Jetzt auf einmal läuft alles glatt. Das letzte Mal wollte dieser Dreck nicht funktionieren. Aber jetzt auf einmal. Die Dreck nicht funktionieren. Versuch ist es ja wert. War das jetzt wirklich gut, die jetzt schon, also... Die müssen drauf gehen. Ja gut, die müssen glaube ich auch drauf gehen. Wait! Quatsch! Die kann ich nur töten! Wie zum Henkel soll ich das schaffen? Ich habe keine Idee! Gut, dass... Oh, das war knapp. Dass die zwei es noch überlebt haben. Zwar, weil ich heute keine drei Sterne habe, aber es ist schon kacke mit dem goldenen Vlies. 23 von 29. Boah! 31 gibt es diesmal. Spielauto bad! 8 Minuten nehme ich schon auf. Och nein! Wenn ich das schon wieder sehe! Also da oben ist das Ziel. Ich glaube, die werden dann hier rüber geschossen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja doch, ich weiß, wie ich das regeln muss. Als allererstes. Ne! was sagt es doch das gleich das meine planung ja ziemlich im eimer was aktiviere ich denn gleich da ist ein hebel hebel ich möchte gar nicht wissen wo die hier rauskommen von hier oben hm hm vielleicht hat sich ich glaube die werden gleich wieder das aktivieren ich glaube das ist zu nah dran ne doch nicht boah wo kommen die hier raus sterben die ok alter was ist das denn der bewegt sich ja sehr schnell nun frage ich mich aber oder sehe ich das jetzt wie kriege ich den da weg verstehe das hier aktiviert also die drei ungefähr der der hier wahrscheinlich das hier oder das hier also einer muss mindestens sterben das steht definitiv schon mal fest 31 ein jahr ins ziel ähm ja wie wie ist es jetzt am besten weiter zu lösen 10 jahre und die rennen immer noch um ihr leben und 10 jahre die zwei stehen immer noch da so jetzt ohne witz das ist wahrscheinlich ein sehr schwieriges level ich habe das gefühl dass ich den wir hier gemeinsam einkesseln muss ja 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 vijf 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 ja wo Boah, das war knapp. Mhm. Mhm. Denn jetzt... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Das Ganze knicken, aber... ... Achso, er hat ja keinen Super-Elt mehr. Ja, dann, ciao. BITTE BITTUUSCH Der stirbt Oh Nanu Aber ich hab jetzt schon gesehen Ich hab einen sehr großen Fehler gemacht Einen sehr sehr großen Fehler Ich darf gleich nicht Ich hab einen sehr großen Fehler gemacht Ich hab einen sehr großen Fehler gemacht Ja das ist mir Ja Ich muss eigentlich Eine Blockade machen Boah das ging schnell Ja 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 Ich hab den goldenen Fließ vergessen, verdammt! WAS?! Einen Massaker wollte ich hier gleich nicht haben, ja? Boah, nein! Nein! Dieses Level war eigentlich einfach, aber boah! Aber gut, Hauptsache, ich hab's geschafft, das Level! Ich werd mich jetzt auch nicht weiter darum kümmern! Ich bedanke mich, dass ihr dann zugesehen habt! Ja, dann... Sehen wir uns das nächste Mal bei Imse Bümse Spinne! Also beim Boss Level! Ich sag nur noch Tschüss!